Na also Kaukau! Kauf und Verkauf Skins auf den Baron. Okay, let's go! Okay, let's go! Absicht, wir sind irgendwie 32 oder sowas! Guck dir das an! Ja Leute, ihr könnt öffnen, soll ich runterzählen oder was? Also Leute, ähm... 5, 4, 3, 2, 1 und endlich go! 1.000 Knives! 1.000 Knives! Oh no! Game kommt nicht nach über die ganzen Knives! Leute, so ein schönes Knives! Hat ihr mal Pink gezogen? Nein! Guck dir die Lacke an! 3 mal Pink! 3 mal Pink! Gar nichts zu übel! Nice! Also, dann zieh ich... Leute, zieht einfach gemütlich und ihr könnt mal kurz in den Chat! Los geht's! Okay, es läuft doch! Ich seh nur Blaues! Ich mach... Oh Gott, so viel Blaue! Ich mach dahinter so'n auf! Da ist angeblich das Beste drin, hab ich gehört! Oh nein! Was? Ich hab fast was Pink... Ich mach ne Fractured auf, komm! There you go! Macht ihr solche Fast-Opening, dass ihr das hier einfach aufmacht und sofort wegdrückt? Da da! Boah! Das ist ja schon gut, Leute! Ist ja schon gut! Mainframe! Total gut! Also, ich warte auf den ersten, der schreit, dass er einen Knife hat! Auf den... Oh! Guck mal da! Okay, ich mach nochmal einen Countdown, ready! Achtung! 3... 2... 1... Und 0! Let's go, Männer! Und... Nico! Da hat er sich ja was gegönnt! Jetzt kommen die Knives! Ich will jetzt hier 3 oder 4 goldene Dinger sehen! Und schon wieder wieder! Ah! Blau! Blau! Nur Blau! Leute! Eine weitere Zielung! 3... 2... 1... Und go, Männer! Ich hab schon gedrückt! Ich bin reich! Mal gucken, mal gucken! Glaub ich schon! Leute! Kid Bash! Ich hab was Videos gezogen! Alles! Oh! King Larry! Oh! King Larry! Larry Redskins! Oh! Larry! Du bist so ein Tier! Go! Ich mein, ich hab noch genug, dass ich mit dir zusammen auch noch aufmachen kann, wenn du gucken, wie du hast! Hello there! Oh! Da war was rotes! Oh man! Ich hab glaub ich noch nie was rotes gezogen! Ah doch, die Dinge! Oh! Oh! Höh! Na also! Kautau! Was ist das? Es geht doch! Es geht doch! Es geht doch! Also Leute! Ich zieh mal... Ich zieh mal das nächste in 3... 2... 1... Und go! Komm jetzt! Das wird jetzt neif! Ich weiß es! Das wird jetzt neif! MP9 Pink wieder! Zweimal Pink hintereinander! Na also! Immerhin etwas! Nein! Die enttompt ist... Larry was hast du? Ne Mortis! Na also! Die ist gut! So wir tun mal kurz rein! Was kann denn diese leckere Enttompt? Was kann die denn so? 30? 40 Euro? Sammy? 50? 1000? 5 Euro! Die weiß 5 Euro werden, man! Und die ist so schön! Nicht? Achtung Leute! Meine letzte Danger Zone Case wird aufgemacht in 3... 3... 3... 2... 3... 2... 1... Und go! Ich esse jetzt was! Man gewinnt eigentlich immer neif, wenn man was isst glaube ich! Wenn man den Mund voll hat! Dieser schwitzt sein PC eigentlich drauf! Ich hab die Warte nicht zusammengezogen! Ich hab die Warte nicht zusammengezogen! Ich hab die Warte nicht zusammengezogen! Mein neif ist voll komisch geformt irgendwie! Was ist das? Ne Klopferkiste? Was ist das? Ja die ganze Zeit... Also wir machen jetzt auf in 5 Sekunden! 5... 4... 3... 2... 1... Go! Und klopfen! Ok! Noch mehr! Noch mehr! Komm schon! Es gibt jetzt das Knife! Rodi! Das gibt das Knife! Was ist das doch? Boah! Ich hab da auch Tomcats bekommen! Wie scheiße ist das denn? Alles gut! Ich mach die nächste Case auf! In 3... 2... 1... Let's go! Du musst 3 mal um Dildo herumlaufen, dass es gibt! Gib Glück! Biene Achtung! 1... 2... 3... 3... Bin ich jetzt 4 mal gelaufen? Ne! Das war jetzt die dritte Runde! So Leute! Und jetzt musst du genau in die Richtung gucken! Und Knife aufziehen! In 3... 2... 1... Und go! Bei mir kommt es jetzt hier und der Gas expose war es. 2... 2... 2... 4... 5... Ich weiß's gelogen! Was hast du?! Was? Nein, Hypnotic! Du Tier! Es geht doch! Es geht doch! Was ist sie? Doch, doch nur... Ja, aber wir wollen das auch gut. Ich geh schaukeln. Ja, aber Kurt rock da oben drauf, wie das aussieht! Bei mir sitzt der genau auf der Stange drauf, in der Mitte da oben. Ich mach jetzt die allerer... letzte Kiste auf. Nein! Nein! Na also! Dreams and Nightmares. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und go! Let's go! Ja, so ganz viele, die ich gesungen hab, sind ganz nice. Aber ich hättet gerne Knife gehabt, ne? Ich hättet gerne live gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, aber Leute, aufkommen. Was soll's. Es war in Ordnung. Tschüss! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What? Das war's.